Die kriegt direkt Mordleistigstes! Die hat mich gut drauf gefreut! Da kann ein Bär sein. Außer dem ist aber alles gut. Wollen wir es knacken lassen? Ja, warte ganz kurz. Ach, ich habe nichts ausgelassen. Gebt nicht ab, gebt nicht ab, Leute. Nicht abgeben, keine abgeben, wir brauchen Zeit. Kann ich abgeben, ja, ne? Nein. Hab schon. Abschlenkt, abgebieden. Okay, gebe ich ab. Eriert? Ja? Das ist actually so krass geworden, holy shit, Junge. Ich bin einfach, glaube ich, der Beste aus der Lobby hier. Ich bin leider der Beste, leider. Witzig. Nein, 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 alles falsch. Ich sage, es ist alles falsch, bis ihr meine Zeichnung seht. Das ist wieder, sorry. Ist okay. Ist okay, alles cool. Oh, wie neulich noch so haben. Ich habe schon wieder Sch*** bekommen. Ja. Doch, das kennt man. Ich habe das gemerkt. Ich glaube, ich habe das beste Bild von der ganzen Runde gerade gemalt. Das ist einfach ein Meisterwerk. Ich werde mich nie wieder übertreffen. Ah, warte auf meins. Nein, nein, nein. Warte auf meins. Warte auf meins. Ich mag das Bier. Ja, okay. Du hast recht, Revi. Erste Runde noch alles. Ja, ich glaube, ist nicht so gut. Und dann haben wir gesehen, was die anderen machen. Jetzt einmal mega so Konfidenz. Nicht abgeben, nicht abgeben. Das ist beschissen. Nicht abgeben. Ich weiß nicht, wer diese Situation gemalt hat, aber die ist so akkurat, geisteskrank gut gemalt und ich glaube, dass es Karl war. Karl und wenn du sie gemalt hast, ich weiß nicht woher, aber du hast Kameras in meiner Wohnung, Digga. Du hast Kameras in der Wohnung, wirklich. Ich finde das ganz gruselig, was ich gerade bekommen habe. Ich auch. Das ist wirklich gruselig. Ich weiß nicht, was das ist, Junge. Was? Das ist so unfair. Mal wieder, ich habe mal wieder delivered hier gerade. Oh, Mann. Ich hatte zu viel zu malen. Ja, stimmt. Ich habe so verkackt, es tut mir so leid, wer mein Bild bekommt. Es tut mir so leid, wer mein Bild bekommt. Es tut mir so leid. Wer soll denn das sein? Chat, helf mir doch. Wer soll das sein? Es ist no joke, teilweise echt unmöglich hier herauszufinden, was es ist, weil ihr malt keine Charakteristiken dazu. Ich habe eine Absicht. Was? Alter, wie kann ich das noch so getrocknt, Junge. Das ist doch komplett tross. Werde, ich habe auch Druck eingestellt. Wie du bin ich? Nein, kein Druck. Viel zu schnell, viel zu schnell. Ich bin ready, ich habe es rasiert. Leute, übertreibt doch nicht. Fuck. Man muss sich nicht schlecht... Was? 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 Ich verstehe das Bild nicht. Keine Ahnung, Digga. Ich schreibe jetzt einfach das erste hin, was mir da zu dem Kopf kommt. Und es ist 100%ig falsch, aber es ist gigatrash, schlecht und keine Ahnung. Genetischer Fehlcode, weiß ich nicht. Ich habe nichts geschrieben jetzt. Oh, das ist süß. Das ist süß, was ich jetzt zeichne. Ich habe mal geschreien hier immer so schnell rum. Digga, so stark, so stark, so stark. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Romatra tritt der kommunistischen Partei vorbei. Das war fein. Das hatte ich nicht. Das hatte ich nicht. Oh, ich war gut gezeichnet. Geil. Das war so gut. Romatra. Alter. Was? 1, 2. Oh nein, er hat es einfach nicht gemacht. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Ja, Morten verkackt. Nein, jetzt komm Morten. Nein! 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 Nein, Morten! Nein, Morten! Ja, Morten, es ist so. Das ist fake. Mann! Mann! Morten, das war es für dich. Das wird dich bis zu der Lebensende verfolgen. Ja! 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 Was soll ich denn aus? Matra liebt Rotenbogen. Ja, okay, ja. Davon kann man ausgehen, oder? Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Ey, aber ich finde, das sah nicht mehr so aus wie du. Sorry. Ja, aber... Groove liegt mit seinem HZ. Ich wollte noch Gronkh schnell schreiben, weil vielleicht war es ja Gronkh. Ach, Mann. Morten, Alter. Oh! 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 Schön! Razor verschüttet seinen Shake. Wartet ab! Kann man erkennen? 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 Auf meine Zeit. Ich bin sehr stolz. Das war gar nicht mal so schlecht von mir. Oh! Alter! Ebelgut! Razor verschüttet seinen Getränk. Ich wusste nicht mal, ob es ein Shake war. Ich hab's vergessen. Wieso siehst du dich so selber? Das sieht so aus, als würdest du drüber sch***en über deinen ganzen Trennen. Aber ich bin ja nicht dumm. Das weißt du so aus Flaschen oder was? Mit so richtig Power. Ich bin ja nicht gigastupid. Alter, sorry, dass so vier Bilder warst. Ja? Bisher hat sich durchgezogen. Nein! Oh! Oh! Das ist ein Taschenrechner. Was ist denn das? Einsam sauer auf irgendetwas. Ja, Chef. Da kann man wissen, Gönch der Strubbel. Was? Das war eine coole Zeichnung. Reef übel gut. Ja? Wütender Reso regt sich über etwas. Was soll ich darauf antworten? Das war am Anfang so gut. Oh! Oh mein Gott! Karuso rettet es! Was? Karuso hat's gefühlt. Karuso hat's gefühlt. Karuso hat's gefühlt. Karuso hat's gefühlt. Chefsprobeln als Kettenraucher. Was? Geil, Alter. Das ist sehr gut. Oh, das ist haupt. Diese hat... Die retten Morten als nächstes! Ich hab mich nur drauf gefreut! Baby haupt und findet es geil. Ey! Nein! Baby ist nackt und... Trümmachs mutet dein Zahnarzt alles voll. Trümmachs mutet dein Zahnarzt alles voll. Trümmachs mutet dein Zahnarzt alles voll. Ich hatte so Angst, dass das... Ich hatte so Angst, dass das ein Insider wieder von euch ist. Irgendwas hat euch reingeschissen. Trümmachs mutet das Zähl gezogen mit ultra viel Blut. Ja? Ja, ist gut gewesen, ist gut gewesen. Es ist alles so gut gezeichnet, oder? Alter! Ja, 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 ja. Trümmachs bekommt einen Zahn gezogen. Nee, aber du schweißt dich dazu, dein Zahnarzt! Wer kommt denn das an? Hä?! Trümmachs verliert nicht Zähne durch Türtrick. Oh, scheiße stimmt. Durch Türtrick? Das ist einfach nur Türtrick. Ey, hast du jeden Zahn verloren durch die Türtrick. Die Zähne hassen diesen Trick. Aber Karl, das tötet Leute. Ja, da war ich mir nicht sicher, ob man das kennt. Hey, Rizzo, Rizzo, Rizzo. Rizzo, Rizzo, deutsche Mona Lisa. Deutsche Mona Lisa. Oh! Oh! Ribi, Ribi, Ribi. Ribi nicht schlecht. Karl von Lamas mit Hüten. Ich glaub, ich hab das nicht verstanden. Doch, der ist jetzt nicht namenlose Person. Oh! Bernd! Bernd kam jetzt. Ey, Roman. Das ist doch kein Lama mehr, sowas echt ist, dass es Lama ist. Ja, ich wusste, wie ich ein Lama machen soll. Trümmachs braucht eine Privetzigarre. Das geht nach hinten los. Trümmachs und der Weg konsumieren Kräuter. Antonia, du musst wirklich was mit deinen Suchtproblemen machen. Guck mal, den hab ich nicht versprochen. Das ist Michael Jackson! Oh mein Gott, Karl! Alter, gut mit den Adern im Auge. Ich hab den Satz. Hö, Flori, warum rasiert das ganze Ding hier? Wobei, ich hab jetzt noch blau... Also noch Haare in der Erde. Oh! Romatra bei GNTM rumstyling. Ey! Das ist nicht... ... Wow! Oha, Junge! Ja, gut! What the fuck? Krass! Da war vorbei. Jesus bei Super. Das hab ich super umgesetzt. Das hab ich super umgesetzt. Das hab ich super umgesetzt. Wow! Wow! Oh, den hab ich auch gut gemacht. Ich glaub, ich weiß nicht. Ist es nicht identifizierbar. Das war der... Große mit Goldkette und etwas Kacke anbrach. Ja! Wer ist denn im Hintergrund? Wer ist das? Wer ist das denn? Ein Bär sein. Außer... außerdem ist aber alles gut. Das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut, oder? Razor und Revies Mutter zünden Konfetti-Kanone und feiern. Oh! Razor und Merkel saufen und kiffen im Regensturm auf die Party. Ah! Oha, Reeves! Stark! Tromax fängt Pikachu im Garten. Oh! Ja, ja. Tromax fängt Pikachu im Garten. Tromax fängt Pikachu. Ey, ganz kurz. Kann ich bitte jetzt wirklich ein Big Clap für das haben? Big Clap. Oh, strong! Strong! M-I-S-B! Da geht es gut! Karl! Warte mal kurz! Warte mal kurz! Man kann mit Karl spielen. Das geht nicht. Zuschauer-Sappen-Bert-Wittspray. Jetzt bin ich gespannt. Framix-Zuschauer, geil! Pass auf, pass auf! Pass auf! Ich hab mich eingeschissen. Deinem Team-Malter zu- 1 zu 1 erkannt! Es gibt einen Team-Mäste. 1 zu 1 erkannt. Das ist ja für jeden Fall super. Du Menekstum-Zuschauer, die werden immer durch. Marcel-Selbe Hopps genommen. Im September 2020. Ja. Du was? Ich hatte dann keine Zeit mehr. Ich wollte erst Romatra schreiben. Alter, das ist das perfekteste Twitch-Logo. Also Revi und Reef können echt gut sein. Chef Strobel, ich, Morten, Hixen und Floppy waren diejenigen, die es hier heute verkackt haben.